Das ist auf jeden Fall der Inside-Stand, die werde ich morgen auf sein. Von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Ist voller als gestern, ja viel voller. I got go straight in to your heart. ν- - - - - - - - Das war's für heute. Kameramann hier, habt ihr wohl aus Versehen etwas vom Overlimit aufgenommen. Tschuldi. Hab ich einfach? Hier kommt Daniel. Achtung, ich muss hier durch. Hi. Willst du eine Foto machen? Natürlich, klar. So warte. Super sieht so aus. Oh mein Gott. Der war ja mal so niedlich. Mama hat erlaubt mit dem Pili Toad ein Bild zu machen. Guck, wenn Mama mit dir wirklich Foto. Oh, der kleine Joris kennt ja wachsig. Irgendwann sieht er das und dann... Dann ist er so nice. Warte mal. Hallo. Hallo. Haben wir keinen Furry? Ja, du? Ah, unten ist ein Furry. Wollte ich mir ein Aufmachen ein. Weil du so haarig bist. Ja, meine Haare sind halt gut aus. Ja, meine Haare sind halt gut aus. So. So. Dankeschön. Ich wär... Verdammend danke. War das deine One Piece Woche? Ich hab mir nur gesagt, wo's lang geht. Zur One Piece Gruppe oder was? Nee. Wohin? Weil ich nicht weiß wo lang. Weil ich zaube. Ach so. Oh mein Gott. Ich bin nicht in der Meta. Ich bin nicht in der Meta. Ich bin nicht in der Meta. Das ist der erlöstlichen Fraß. Oh mein Gott. Das ist ein Smoker. Oh nein. Den muss ich eigentlich zum Bild machen. Warst du auch einen Smoker? Wo? Da. Wo? Da. Was? Ah nee, der ist ja scheiße. Ach. Hier, bitteschön. Oh, guck mal, jetzt traut das nicht. Hier, bitteschön. Nicht draufpacken. Hier, bitteschön. Guck mal, jetzt bist du leider nicht auf dem Gruppenfoto dabei. Nee. Das ist auch ein Ace. Wo du der süßeste Zoller bist. Awww. Wir wissen, wo der Smoker ist. Wie heißt du? Kimberley. Hast du ein Twitch-Twitch? Ja, KDR Kitten. Genau, du warst da. Die ist niemals unterschrieben. Hier, ein Bild. Ich kenne sie. Ich habe damals mit dir ein Bild gemacht als Asuka. Ah, okay. Da war ich aber als Luke unterwegs. Ich glaube, das ist sogar das Titelbild. Hat irgendwer den Smoker gesehen? Hör auf zu simben. Mann, aber der ist rutsch. Ah, ja, das war das. Ah, du warst das. Stimmt. Den fand mein Kumpel super cool. Der hat die ganze Zeit über dich noch geredet. Echt? Ja. Ah, geht er ins Gym? Da ist die Sonne. Ja, sieht aus. Da ist die Sonne. Das sieht schon am besten aus. Du musst da angucken. Der muss hier hin. So rum. Du musst auch ein bisschen wechseln oder so. Ja, genau. Ja, genau so. Perfekt. Danke. Ach so, okay. Das ist mit Frauen so, da muss man viele machen, damit ich sagen kann, dass jetzt irgendwann am besten aussieht. Nein, du musst deine Album jetzt voll haue. Hast du Zähne oder so? Ich habe es sogar auf ein paar Auge zugemacht. Wo ist der Smoker? Der ist bestimmt schon weg. Der Smoker ist, glaube ich, schon gegangen. Oh Mann! Genauer als die mehr. Ah, daran erinnere ich mich sogar. Das war cool. Können wir auch ein Bild machen? Ja, klar. Sorry. Uh, der Wind. Oh ja, der ist gut, der ist gut, der ist gut! Perfekt. Danke schön. Viel Spaß zu Ihnen noch. Dankeschön. In the Smoker weg! Nein, der ist gegangen. Was? Perfekt! Der Typ war gerade Puff of Smoke. Warum kennen nicht so viele One Piece Cosplayer? Vielleicht kennen die mich nicht. Das ist einfach nur wegen dem Zorro. Ja, aber dann drück ich den einfach so, ich kann. Nein, nein. Das machen wir. Ja. Das machen wir. Vielleicht wollen die die gar nicht haben. Wer ist das? Hä, was will ich denn jetzt von mir? Ich glaube, der Muskeltyp ist zu seiner Freundin gegangen und hat gesagt. Hä, was ist denn das? Die haben mir irgendwie eine Karte gegeben. Ja, da steht da drüben. Ich weiß. Der hat die Karte in die Hand genommen, ist umgedreht, der sagt, twitscht auf, dann muss man was dabei gucken. Besser nicht. Der hatte gut aus seinen Nippen. Und dann hat seine Freundin gesagt, besser nicht. Die Karte verschwindet in der Handtasche. Security! Der Mann da guckt nicht die ganze komische an und läuft hinterher. Der Mann, der so traurig guckt, verweist ihn bitte da. Ich bin immer traurig. Vielleicht sind wir zu spät zum One Piece Treffen. Ja, die gehen jetzt in Japan. Die wollen jetzt in Japan warten, aber da gehen wir jetzt nicht hin, oder? Wir müssen eigentlich noch Sachen kaufen. Schon, ja, ich glaube das wäre schon gut. Ich glaube, als wir Kriegchen extra zu gedreht macht, waren wir ganz gut. Für was? Was machen wir mit dem S? Rauswerden. Hä? Ja, Pech. Du brauchen nur Daniel. Ich will auch. Okay, und einen noch. Ich will. Aua! Der Schiedsrichter. Erster Kontakt. Der Schiedsrichter. Erster Kontakt. Erster Kontakt. Das war dran. Ja. Los. Mann, du machst meinen Schwerter kaputt. Endlich die Ende der Welt. Nein. Hör mal. Ich glaube, dass ihr jetzt wieder in die Scheibe passt. Guten Tag. Kommen die überhaupt noch rein? Ja, klar. Hey. Komm mal her. Nein, du steckst deinen Schwerter kaputt. Ja, der hat nicht in meinen Scheide. Raus. Ja, er hat angefangen. Gut, stimmt. Bei dir. Alter, kann ich noch. Ja. 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 Ich habe das alles Sachen. Was ist hier eigentlich auf dem Psycho-Wattfust? Wollen wir auf dem Psycho-Wattfust? Wollen wir auf dem Psycho-Wattfust? Für den Mail-Café. Wir gehen rein. Ich habe das nicht mehr die Kaffee. Wenn du gewohnt hast, dann komm. Nimm mal eine Ticke. Du kannst mir wissen. Dein Schlag tut ja nicht weh. Bist du mal an? Boah. Wie soll ich meine Schulter anspannen? Ich habe das gleiche Problem wie Matthies gestern. Das war schon gut. Der Aron sich einfach nicht bewegt hat als der Einstieg. Wo ist er denn jetzt? Was will er uns überhaupt besorgen? Mildkaffee-Tickets. Das ist ein Karten-Ding. Kriegt man die, wenn man Ausländer-Tickets hat? Die musst du extra kaufen. Wie VIP-Tickets. Die gehören. Das musst du extra kaufen. Zeig mal deinen Schwer. Ja, das darf man nicht. Was ist das? Das darf man nicht. Stimmt, das ist der Decker mit dem sie versucht haben. Die schmeißen uns gleich raus. Die ist stumpf. Ja und darf man trotzdem nicht. Genauso wie man hier über rote Ampeln laufen darf. Man muss doch mal inspizieren, ob die gekauft waren. Deswegen wollten wir dem gestern das Messer wegnehmen. Man muss doch mal prüfen, ob die Ware, die man kauft, auch... Man guckt ja auch in den Eierkarton rein, oder nicht? Nein. Guck nicht in den Eierkarton. Ja, du guckst nicht? Was ist das? Was? Eierkarton. Ja, für... Damit du... Steckst du was in dein Handy rein. Ja, schon. Komm, sieh doch noch mal süß. Boah, das ist aber eine Kuda. Die hast du selbst gemacht. Ja. Bauchsocken. Noch Socken. Auch haben die keine Bier oder so. Hm? Oh, die Kätzchensocken. Oh, die Avocado. Die, 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 die. Und die... Einmal Regal, drei Euro, so. Wie ein Demon Slayer. Und die, und die, und die, und die. Ist du gay? Nee, weiß ich nicht. Echt nicht? Womelär keine Socken. Womelär keine Socken. Womelär keine Socken. Ich wette Alex würden... ...die hier stehen. Wie machst du Öhrchen? Ja, die würde ich nehmen, aber... Brauchst du mir die? Nee, ich bin arm. Okay. Wie wär's denn hier mit denen? Mit einzelnen Zehen? Boah! Ah! Oh Gott, stück damals. Ja, kaum von Herzen. Da sind's meine Eiste. Da ist der Rest dazu wieder. Oh, wie süß! Katschuh! Sehr geil! Brauch ich Socken. Das. Ah, okay, sorry. Okay, das ist... Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. ...this one. Ja. Boah, mein Cash! Nur weil sie ein 18er Backpack heißt, sie sieht, dass sie 18 ist. Mein Cash! Wieso? Womit hast du die verdient? Hier! Ich könnte jetzt... Hier, die graben Katzensocken! Ja! Wir sind auch hier! Nee, du bist schon groß und stark! Ja! Kann ich jetzt gerade mal auf... Maybe... ...these two? Mehr? Oder... ...change? This one! More! 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 Ja! Hast du doch kein Chibi? Nee! Chibi! Na, du willst lieber mal Alex was buchen! Hat er nicht verdient! Alex, wovil hast du das jetzt wirklich verdient? Für das kollektive Mobbing in der letzten zwei Tage, glaube ich. Was?! Nein! Du hast sieben Jahre Mobbing! Das war gerechtfertigt! Du hast sieben Jahre Mobbing interessiert! Das war's von! I do 5 for you! Hm? How much? 5 for you! This one! Yeah! 25! 25! Boah! Die ist aber ungetragen! Boah! Ja! Wo ist die reing! Ich hab meine Bock mit ihr haben! Ja! Mach's das! Ja! 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 Thank you! Ja! Thank you! Ich hab Sorgen gekauft! Ich bin... 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 Das ist nicht für die Ohren! Nee! Aber hast du dir selber eine Zähling! Und für die Haare! Hast du Wechselgeld bekommen? Ja, nee! Willst du das Bargeld wieder in dein Geld? Cash Money! Mein Cash Money! Können wir vielleicht ein Bild machen? Ja, klar! Kein Problem! Dankeschön! Perfekt! Ich kann halt nicht auf drei Kameras allzeit achten! Guck mal! Kinderzäu! Süßigkeiten! Hol den Kinderzäu! Was willst du? Ich hab das noch nie gemacht! Ich kann das nicht! Was willst du denn? Ich würde mich schon mit denen nehmen! Was? Den rechts hinten! What? Den komm ich doch gar nicht dran! Nein! Den da in der Mitte! Oh mein Gott! Du hast es versaut! Ich meinte den da auf wie es liegt! Hä? Bist du dumm? Hast du dich? Wir haben nur noch zwei Jungs! Hm? Hi! Klar! Danke! Dankeschön! Schönen Tag noch! Da haben sogar Frauen angestattet für dich! Ja, ich weiß! Und da waren sogar Frauen! Oh! Ich möchte eine Sukuna-Figur! Und? Oder wirklich? Aber da gibt es einen nackigen! Berufsschuldig! Ich möchte den nackigen Sukuna! Oh! Der macht bestimmt Bilder mit dir! Ich möchte seine Nippel anfassen! Oh, er hat keine... Der hat gar keine Nippel! Er hat keine Nippel-Scheiße! Da kann ich so lange legen! Ja, auf manchen Bildern schon! Aber vielleicht finde ich noch einen cooleren! Sagst du immer! Ja! Sagst du immer bei Kalkashi-Statuen! Ja! Dann findest du nie eine bessere! Ja! Die sind aber selbstgemachte Schwertkampf, oder? Ja! Das sind selbstgemachte! Ja! Das ist ja sehr anstrengend! Keine sind selbstgefixt! Das muss ich auch öfter machen! Wir haben gerade Schwertkampf gemacht! Jetzt sind die verbogen! Ja! Nee! Ich hab's gekauft! Da muss man die zusammenstecken! Ich hab vergessen, was draufzumachen! Sekundenkleber! Ja! Ich seh's an den weißen Kratten! Ach so! Nee! Und die beiden hab ich noch nicht angemalt! Die Klinge! Deswegen nehm ich immer nur das hier raus! Das ist gut! Ich glaub nicht! Ja! Aber... Ich weiß nicht! Ich bin mir wirklich nicht sicher! Ja, aber das macht man eigentlich so! Das ist genauso wie in Hentai immer die gleiche Schamhaarfarbe wie die Kopfhaarfarbe! Was? Ich hab dir nur leicht zugehört! Ich war direkt so... Was? Über was redest du da mit diesem fremden Mann, den du gerade erst kennengelernt hast? Weißt du was für Schamhaar? Ich glaub die Augenbrauen sind immer nur ein schwarzer Strich! Er hat gar keine Augenbrauen! Perfekt! Ja, es ist einfach nur ein Strich! Hat doch keine Augenfarbe! Nee, ich weiß! Deswegen hab ich auch keine Kontaktlinsen drin! Ich hätte einen schwarzen Augenbrauen können, dann hab ich noch keine Lust! Naja... Das ist nervig! V. Kimberly, ich wusste gar nicht, dass du am Chillen bist! Äh! Ich möchte seine Muskeln anfassen! Ja, dann kauf ich den Alt! Kaufst du dir jetzt Alt? Nee, ich kauf den Alt! Dann musst du da hin! Gönnt ihr! Wir sollten eh kurz auf Stan und Matti fragen! Wo sind die? Boxen! Oh mein Gott! Warum bist du nicht mit Boxen, ne? Hä? Weil du dann immer nur 100 schaffst! Musterlang! 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 Schönen Tag noch! Ey! Ey! Schönen Tag noch! Ey, was willst du machen? Jedes Mal mit Leuten irgendwo hinlatschen und dann da voll... Hä? Lava scheiße, Alex, so wie immer. Guck mal, da ist ein Zau. Das ist aber gerade groß, der da unten. Ja, ein bisschen. Aber der sieht schon cool aus. Irgendwie sieht der nicht aus wie Zau. Was ist mit dem hier? Der Kackblader. Geh mal ein bisschen runter. Ich höre dir da hinten. Ich höre dir da hinten. Ich höre dir da hinten oder hätte ich was cooler als die hier vor. Der sieht ja voll nicht aus wie Zau. Das ist mein Outfit. Das ist dein Outfit. Ja, aber das ist teurer als die. Nein, ja. Aber dann muss der das noch runter machen. Aber der sieht komisch aus. Ist auch ein Auge so weird aus. Stimmt, für den Simcy auch. Ja. Ja. Wer ist er? Aber der mag kleine Mädchen. Wer ist er? Bahn. Fox-Zinn-Bahn. Ich glaube, der ist jetzt kein U-Dani. Ja, also Anfang schon. Ja, Anfang schon. Aber so ab zweiter Traffel wird er, hm. Hm. Ja. Was ist das? Ich weiß er nicht. War das schon vor? Ich weiß nicht. Ich hätte so ein Blakett und so eine rote Krawatte. Ja. Ich glaube, die Jungen. Nee auch. Und noch mal Bluschis? Auch schon. Oder noch mehr Figuren. Gehen wir aus den Weg, Aaron. Ich hoffe, hier die Kids da. So fand die cool aus. Ja. Wer? Der mit dem roten Masse und dem Roboter. Da ist noch ein zu holen. Da ist noch mal ein größer. Wir gucken noch mal ein zu holen. Oder ist der zweit? Der Seventail wird, glaube ich. Nur 10 Euro billiger. Boah, Junge. Wie hast du dich? Du kostest 10 Euro weniger. Wow, 10 Euro ins Korn. 10 Euro ist eine Menge Geld, Aaron. Stimmt allerdings. Einen Tag parken. Ja. Einen Tag ist schon lange. Achtung. Fluchtmodus. Einen Tag. Hi. Ja klar, kein Problem. Wunderbar. Wunderbar, schönen Tag. Schönen Tag noch. Guck mal ein Holzschild. Ne. Wie die Nudeln in deiner Küche. Machen ein Lager. Guck mal ein lustigen Sound. Sieg mal das Augendit? Nein, halt die Fresse. Was ist mit euch? Ich hab gesagt, P吉el, das Augendit? Hör auf, halt die Fresse! Was machst du? Dein Penis spielen? Das sag ich dir jetzt ganz sicher nicht mehr. Das hast du nicht. Du tust die Füße hin. Mit deinem Penis spielen. Das Augenlid ist kein Joke über dein Auge. Doch. Doch. Frag Aaron. Das ist ein Joke über ... Das Augenlid ... Das Penis ... Er meint, es ist kein Joke über mein Auge. Du hast es zu einem gemacht. Ja, das ist ein Joke über die Auge. Ja, sag ich doch. Jetzt gehen wir aus dem Weg. Es wird ja angefangen mit dein Augenlid, und dann habe ich es ja mit angefangen. Dann haben wir Rappen, was gibt es dann? Medium Rappen. Pushy. Jetzt kennst du wenigstens, weißt du wenigstens, wo das kommt. Wir haben ja gerade 7. Oh, was dachtest du? Woher das ... Boah ... Alter, ich schläge immer wieder Daniel auf den Augenblick und bin so, was ist das? Daniel ist so ein Profi, das ist insane. Gell? Ich habe noch nie so einen guten Kameramann gesehen, noch nie. Ich bin ehrlich, also von so einem Kameramann ... Danke Kimberly, nett von dir. Auf dem Set-Up siehst du aus wie der wichtigste Streamer auf der Messe. Ich habe noch keinen anderen gesehen, der so einen mit sich rumlaufen hat wie Daniel. Ja. Ich hab' ja schon voll und gefällig gemacht. Okay, du fortsetzt kannst du gehen. Das war's. Ausgerechnet die Daniel. Ich glaube, wir müssen an seinen neuen Kameramann suchen. Soll ich dir einen suchen, Kim? Ja. Bewerbung an neue Kameramänner an katierkitten.gmail.com Das können wir nicht einpacken. Bitte schön. Ich hätte gerne eine Fritz-Roder. Ich bin ehrlich, der traurig war der Richtig ist. Ich bin ehrlich, dass du vorstest. Gleich achievements, wenn du vorstest. Geist hinter mir. Du bist in deinem Leben. Sacoult! Du bist in deinem Leben! Ich bin ein neuer Tag. Ich würde dir das nicht noch. Fritz. Ich bin ein paar librest. Ich bete dich, all die Gefängigung. Ich bin ein glasger. Ich bin ein bisschen auf dem Tor. Das war's für mich. Oh, 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 oh Oh, 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 oh There lies may blind your eyes There lies our love undone